Ich bin Rama, ich komme aus Syrien. Ich bin bald 20 Jahre alt. Ich wohne in Basel seit dreieinhalb Jahren. Und ich mache Lehre als Koffer seit letztem August. Wenn man Leuten helfen kann, die aus solchen Ländern kommen, wo es wirklich traurig zugeht, ist ja schön, dass man auch für solche Menschen Türen aufmachen kann. Nicht nur wir, sondern dass es auch andere Geschäfte gibt, die einfach diesen Leuten unter den Arm griffen und helfen. Es sind die normalen Voraussetzungen, die sie bringen müssen. Und dann hatten wir noch zwei, drei zusätzliche Ämte. Aber das ist eigentlich sehr gut überbeugen. Wir hatten eigentlich nicht mehr Aufwand als mit einem normalen Lehrling. Wenn ich am Morgen herkomme, habe ich Freude, weil ich gerne arbeite. Und wir haben jetzt Resultate gesehen. Das funktioniert super. Und wir haben Freude aneinander. Wir sind gute Freunde. Aufwand. 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 Aufwand.